Fitness mit Marc, Folge 61. Moin Moin, hier ist Marc Maslow, dein Dranbleiben-Fitness-Coach von Marathonfitness.de. Es gibt eine geheime Superkraft in deinen Muskelzellen. Der Name Kreatin. Vergiss alles, was du bisher über Kreatin gehört hast. Denn in der heutigen Folge lüften wir den Vorhang. Du erfährst die simple Wahrheit, was Kreatin wirklich ist. Du erfährst, warum es wirkt und warum du es überhaupt brauchst. Und die spannende Frage ist natürlich, ob du dir einen unfairen, aber legalen Wettbewerbsvorteil verschaffen kannst, indem du Kreatin als Nahrungsergänzungsmittel nimmst. Oder gibt es vielleicht natürliche Alternativen? Dazu gleich mehr. Diese Fitness mit Marc-Folge wird dir präsentiert von audible.de. Audible hat über 150.000 Hörbücher im Angebot. Und als Abonnent kannst du jeden Monat ein beliebiges Hörbuch frei wählen und behalten. Ich habe seit vielen Jahren ein Audible-Abo. Und die meisten Bücher, die ich in den letzten Jahren gelesen habe, habe ich eigentlich gehört. Beim Sport, beim Wäsche waschen, beim Einkaufen oder beim Spazierengehen. Das Abo kostet normalerweise 9,95 im Monat. Es sei denn, du hörst Fitness mit Marc und gehst auf fmmbuch.de. Dann bezahlst du nur die Hälfte, 4,95 pro Monat und zwar für ein halbes Jahr. Dieses spezielle Angebot gilt wirklich nur für Fitness mit Marc-Hörer. Also geh auf fmmbuch.de, trag dich dort ein und spare 50% für ein halbes Jahr. Die Seite heißt fmmbuch.de. Okay, genug Werbung, zurück zur Folge. Kreatin ist ein echt spannendes Thema, also lass uns gleich einsteigen. Was ist Kreatin eigentlich? Kreatin, der Begriff kommt von Kreas und das ist griechisch und bedeutet Fleisch. Kreatin ist nichts anderes als eine Aminosäure, also ein Eiweißbauchstein. Und diese Aminosäure setzt sich wiederum aus drei anderen Aminosäuren zusammen. Und zwar Arginin, Glycin und Methionin. Kreatin ist nicht essentiell. Das heißt, dein Körper kann es selbst herstellen. Insgesamt kannst du über deine Nieren, über deine Leber und die Bauchspeicheldrüse ein bis zwei Gramm Kreatin pro Tag produzieren, wenn du genug Eiweiß isst. Du kannst Kreatin aber auch direkt aufnehmen. Und zwar einerseits über natürliche Lebensmittel und hier steht das rote Fleisch ganz vorne, aber auch über Nahrungsergänzungsmittel. Und wenn du mal in so einem Fitnessshop warst, dann hast du bestimmt schon mal gesehen, dass es dort ganz viele Präparate zu Kreatin gibt. Dazu nachher mehr. Dein Körper speichert Kreatin hauptsächlich dort, wo es gebraucht wird, also in den Muskeln, aber auch in deinem Herzen, im Gehirn und in den Hoden. Okay, das Letzte gilt natürlich nur für knapp die Hälfte unserer Zuhörer. Die Frage ist jetzt, warum macht dein Körper sich überhaupt die Mühe, Kreatin herzustellen und zu speichern? Warum brauchst du Kreatin? Nehmen wir mal an, du trainierst Klimmzüge oder du legst einen kurzen High Intensity Interval Sprint hin und Kreatin spielt dort eine Rolle. Kreatin sorgt dann nämlich dafür, dass du ein paar Sekunden länger Vollgas geben kannst. Zumindest dann, wenn noch Kreatin im Speicher ist. Warum ist das so? Du hast einen faszinierenden Mechanismus in deinem Körper. Das sogenannte Phosphagensystem. Und dieses System liefert deinen Muskeln Energie, die sie für kurze, aber intensive Belastungen benötigen. Und wir reden hier von wirklich kurzen Belastungen, also 10 Sekunden und weniger. Deine Muskeln sind anspruchsvoll. Der einzige Treibstoff, den sie nutzen können, ist das Adenesin-Trifosphat, kurz ATP. Hast du vielleicht schon mal im Bio-Unterricht gehört. Dieses Phosphagensystem ist in der Lage, verbrauchtes ATP schnell wieder aufzufüllen. Und wenn du einen Sprint machst oder starke Belastungen ausfüllst, dann brauchst du viel Energie. Deine Muskeln halten deswegen auch immer eine Einsatzreserve an ATP bereit, damit du sofort im Notfall vor dem Säbelzahntiger wegrennen kannst. Aber sie halten nur sehr wenig vor. Denn dieser Vorrat, der ist nach wenigen Sekunden erschöpft. Ich will nicht zu tief in die Biochemie einsteigen. Aber ich möchte dir einen kurzen Überblick geben, wie dieser Prozess, dieser Phosphagenprozess abläuft. Ich beginne beim Muskeltreibstoff, beim ATP. ATP steht für Adenosintrifosphat und da ist das Tri drin, das heißt 3. Und genau das bedeutet es auch. ATP besteht aus 3 Phosphaten. Wenn du ATP kastrierst, also ihm ein Phosphat wegnimmst, dann wird gespeicherte Energie frei. Und das ist die Energie, die deinen Muskeln nutzen kann. Was bleibt übrig? Aus Tri wird Di, also Adenosindiphosphat, ADP. Tja, und jetzt will dein Körper wieder aus diesem kastrierten ADP, mehr potentes ATP herstellen. Und dazu braucht die Muskelzelle Phosphat. Und zwar pronto, ganz schnell. Und hier kommt Kreatin ins Spiel. Kreatin, oder genauer Kreatinphosphat ist es in dem Fall, übernimmt diese Energieinfusion. Das Kreatinphosphat opfert sein Phosphat, damit aus ADP wieder ATP wird und du beim Sprint das Ziel erreichst oder vom Säbelzahntiger wegrennen kannst. Es gibt Studien, die zeigen, dass 100 Meter Sprinter mit Kreatin etwa zwei Sekunden länger Vollgas geben können. Wie immer Studien und alles, was ich in dieser heutigen Folge erwähne, findest du natürlich alles in den Shownotes unter marathonfitness.de Schrägstrich Podcast. Kreatin ist also ein kritischer Faktor, wenn es darum geht, den Muskel unter Belastung schnell mit Energie zu versorgen. Und das heißt, vereinfacht gesagt, ganz einfach, mehr Kreatin bedeutet mehr ATP und das bedeutet mehr Leistung bei kurzer, intensiver Belastung. Ungefähr zwei Drittel von dem Kreatin, was in deinen Muskeln gespeichert ist, ist solches Kreatinphosphat. Und den Rest macht freies Kreatin aus, also Kreatin ohne Phosphat. Wenn du dich jetzt länger verausgabst, dann stellst du fest, du kannst dann nicht mehr so intensiv trainieren. Du musst die Intensität reduzieren. Zum Beispiel kannst du das Sprinttempo ja nicht für eine halbe Stunde durchhalten. Dann schaltet dein Körper auf eine andere Art der Energieversorgung um. Und bei dieser Art der Energieversorgung spielt Kreatin dann keine Rolle mehr. Das heißt, Kreatin gibt dir Energie bei kurzen, intensiven Belastungen, also Krafttraining oder Sprinten zum Beispiel, aber nicht, wenn du einen Marathon laufen würdest. Wenn dein Muskel jetzt Kreatin einlagert, dann zieht er auch mehr Wasser. Dadurch wirkt der Muskel oft praller und definierter. Und das kann dir natürlich helfen, wenn du nackt gut aussehen willst. Models nutzen das häufig vorm Fotoshooting, laden noch mal Kreatin und sehen dann noch ein bisschen definierter aus. Übrigens wirkt sich eine gute Kreatinversorgung auch auf andere Elemente deines Muskelstoffwechsels positiv aus. Und das zeigen auch Studien. Kreatin ist wirklich sehr gut erforscht. Der erste Punkt ist, dass deine Proteinsynthese ansteigen kann. Das heißt, du baust schneller Muskeln auf und bist schneller wieder fit fürs nächste Training. Der zweite Punkt ist, dass deine Muskeln mehr Glykogen einlagern können. Kohlenhydrate, die im Muskel landen, liefern dein Muskel Energie. Und sie können natürlich auch nicht in Fett umgewandelt werden. Also lass mich das noch mal kurz zusammenfassen. Was ist Kreatin und warum brauchst du es? Kreatin ist eine Aminosäure, also ganz einfach ein Eiweiß, die dein Körper im begrenzten Umfang selbst herstellen kann. Kreatin sorgt dafür, dass deine Muskeln bei intensiver Belastung schnell mit Energie versorgt werden. Und bis zu einem gewissen Limit gilt, mehr Kreatin führt zu mehr Leistung bei hochintensivem Sprints und im Krafttraining. Außerdem stimuliert Kreatin die Muskelproteinsynthese und das hilft dir beim Muskelaufbau, aber auch in der Regeneration. Jetzt habe ich ja eben schon mal erwähnt, Kreatin ist ein sehr gut untersuchter Stoff, gilt übrigens als einer der am besten untersuchten Nahrungsergänzungsmittel überhaupt. Und ich möchte dir jetzt nochmal einen Einblick auf diese wichtigen Erkenntnisse aus der Forschung geben. Sieben Dinge, die die meisten Menschen nicht über Kreatin wissen. Wenn wir über Nahrungsergänzungsmittel reden, dann wird Kreatin überwiegend in Form von Kreatinmonohydrat eingenommen. Das siehst du auch auf diesen Packungen drauf. Die meisten Studien wurden mit Kreatinmonohydrat durchgeführt. Das ist wichtig, weil alles was wir aus der Forschung wissen, bezieht sich dann natürlich auch auf diese Form. Und es ist, das werden wir später sehen, auch die günstigste Form. Hier kommt ein Überblick der wichtigsten Studienergebnisse zur Kreatinwirkung. Punkt 1. Kreatin wirkt leistungssteigernd bei hochintensivem Training wie Sprints oder Krafttraining. Und je nachdem, was für ein Ziel du verfolgst, kann das indirekt eben auch den Muskelaufbau fördern und zwar, weil du härter trainieren kannst. Es kann aber auch die Fettverbrennung fördern und zwar dadurch, dass du mehr Kalorien beim Training verbrauchst. Punkt 2. Kreatin wirkt nicht leistungssteigernd und auch das wurde untersucht bei Kardiotraining mit niedriger Intensität wie zum Beispiel Langstreckenläufen. Dann hatte ich ja eben schon erwähnt, dass Kreatin mit Wassereinlagerung im Muskel einhergeht. Das heißt, du würdest auch ein bisschen schwerer werden. Auch das wurde untersucht, das zusätzliche Körpergewicht durch Kreatin, das scheint deine Ausdauerleistung allerdings nicht negativ zu beeinflussen. Du wirst dadurch also nicht langsamer. Dann gibt es noch einen Punkt, den auch Ausdauersportler kennen sollten, denn die profitieren durch die Kreatineinnahme dennoch und zwar indirekt. Weil Kreatin die Proteinsynthese stimuliert, können auch Ausdauersportler schneller regenerieren, selbst wenn im Training selbst Kreatin keinen Vorteil bringt. Dritter Punkt. Dein Körpergewicht steigt höchstwahrscheinlich, wenn du Kreatin einnimmst und das kommt hauptsächlich durch die Einlagung von Wasser. Das heißt, dein Körpergewicht kann innerhalb von sieben Tagen, wenn du Kreatin einnimmst, um bis zu zwei Kilo ansteigen. Das solltest du wissen. Vierter Punkt. Eine langfristige Kreatineinnahme kann die Proteinsynthese im Muskel stimulieren. Und jetzt wird es interessant. Wir haben ja bisher nur über Sport gesprochen. Aber wie sieht es denn mit anderen Leistungen aus? Und auch hier scheint Kreatin eine positive Leistung zu haben. Eine Reihe von Studien deutet darauf hin, dass die Kreatineinnahme vor Nervenerkrankungen schützt, wie zum Beispiel Parkinson, Huntington-Krankheit oder ALS. Der sechste Punkt ist für Vegetarier und Veganer interessant. Denn bei denen wurde festgestellt, dass die Kreatineinnahme die geistige Leistungsfähigkeit erhöht. Wissenschaftler führen das darauf zurück, dass Vegetarier und Veganer normalerweise ja über die Nahrung kein oder nur sehr wenig Kreatin aufnehmen und daher relativ gesehen weniger Kreatin einlagern. Bei Menschen, die auch Fleisch gegessen haben, wurde dieser Effekt nicht beobachtet. Und der letzte Punkt ist auch nochmal interessant. Der siebte Punkt. Eine Nahrungsergänzung mit Kreatin zeigt bei ca. 20% aller Menschen überhaupt keine Wirkung. Das heißt, ein Fünftel aller Menschen sind sogenannte Non-Responder. Und falls du feststellen solltest, dass du zu dieser Gruppe gehörst, dann ist das überhaupt nichts Schlimmes. Es kann auch heißen, dass du mit deiner Ernährung bereits so gut mit Kreatin versorgt bist, dass du dir ein Nahrungsergänzungsmittel schlicht und einfach sparen kannst. Grundsätzlich ist es so, dass Menschen, die besser trainiert sind, also mehr Muskelmasse haben und einen höheren Typ 2 Muskelfaseranteil, also die schnell kontrahierenden Kraftmuskelfasern haben, also der sogenannte Sprintertypus, diese Menschen scheinen öfter davon zu profitieren, Kreatin als Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen. Okay, lass mich die wesentlichen Punkte nochmal zusammenfassen. Kreatin gehört zu einem der bestuntersuchtesten Nahrungsergänzungsmittel. Die leistungssteigernde Wirkung bei kurzen, intensiven Belastungen wie zum Beispiel Sprints oder Krafttraining wird durch viele Studien bestätigt. Und diese ganzen Quellen findest du auch bei mir in den Shownotes unter marathonfitness.de-podcast. Kreatin führt dazu, dass dein Körper mehr Wasser einlagert und zwar direkt im Muskel. Das siehst du unter Umständen nicht nur im Spiegel, sondern du siehst es auf jeden Fall auch auf der Waage. Und es ist völlig okay, wenn dein Körpergewicht um bis zu zwei Kilo steigt, wenn du auf einmal Kreatin nimmst. Bei Ausdauersportarten bringt Kreatin jetzt keinen direkten leistungssteigernden Effekt. Allerdings scheint das zusätzliche Körpergewicht auf der Waage deine Leistung nicht zu beeinträchtigen. Und Ausdauersportler können trotzdem von der Wirkung, dass du schneller regenerierst, profitieren. Kreatin wird auch mit einer Reihe von positiven Effekten in Verbindung gebracht, die über die sportliche Leistungsfähigkeit hinausgehen. Vor allem das Nervensystem, aber auch die kognitiven Fähigkeiten scheinen durch Kreatin zu profitieren. Tja und der eine oder andere stellt sich jetzt vielleicht die Frage, Kreatin als Nahrungsergänzungsmittel, wie sicher ist das denn eigentlich überhaupt? Auch dazu gibt es Studien, Kreatin ist allgemein sehr gut verträglich und es ist auch sicher. Es gibt sehr viele Studien dazu und es wurden bisher bei gesunden Menschen keine klinisch relevanten Nebenwirkungen festgestellt, die auf Kreatin zurückzuführen sind. Wenn Nebenwirkungen festgestellt wurden, dann entweder Verdauungsprobleme und zwar dann, wenn diese Probanden sehr viel Kreatin auf einmal eingenommen haben oder Magenkrämpfe, wenn zu wenig Wasser getrunken wurde. Weil wir wissen ja, der Körper lagert Kreatin mit Wasser ein. So und wenn du dazu überhaupt nichts trinken würdest, dann fehlt das Wasser vielleicht an anderer Stelle. Und wenn du selbst vielleicht mal im Internet recherchierst oder hier und da liest, dann hörst du auch immer mal wieder die Behauptung, dass Kreatin schlecht für die Nieren ist oder das Krebsrisiko erhöhen würde. Die Frage ist natürlich, ist da was dran? Auch diese beiden Behauptungen lassen sich durch Studien entkräften. Die erste Behauptung war ja, ist Kreatin schädlich für die Nieren? Die Antwort ist nein, jedenfalls nicht, wenn deine Nieren gesund sind. Interessanterweise gibt es sogar Studien, die mit Menschen mit eingeschränkter Nierenfunktion, die also zum Beispiel nur noch eine Niere hatten, durchgeführt wurden. Die haben Kreatin gekriegt und auch dort sind Probleme extrem unwahrscheinlich. Dennoch, falls deine Nieren irgendwie beeinträchtigt sind, empfehle ich dir, konsultiere sicherheitshalber zuerst einen Arzt. Und die zweite Behauptung war ja, erhöht Kreatin das Krebsrisiko? Und auch da ist die Antwort nein. Es gibt bisher keine Studien, die Kreatin als Ursache mit Krebs in Verbindung bringen. Interessanterweise gibt es mehrere Studien, die zeigen, dass Kreatin dein Erbgut schützt vor oxidativer Schädigung. Das deutet also darauf hin, dass Kreatin eher vor Krebs schützt, als das Risiko erhöht. Zusammenfassung nochmal, Kreatin-Nebenwirkung. Kreatin ist allgemein gut verträglich und es ist vor allen Dingen sicher, das als Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen. Bei gesunden Menschen wurden bisher keine Nebenwirkungen festgestellt, die eine klinische Relevanz hätten. Okay, Kreatin ist also wirksam und es ist sicher. Jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, wie nimmst du Kreatin richtig ein, wenn du Nahrungsergänzungsmittel verwenden willst? Diese ganzen positiven Effekte, die ich eben beschrieben habe, die wurden in den meisten Studien bei einer Einnahme von etwa 3 bis 5 Gramm Kreatin am Tag beobachtet. Wenn du bisher überhaupt kein Kreatin genommen hast, dann solltest du eine einwöchige Ladephase vorschalten, bevor du auf eine sogenannte Erhaltungsdosis gehst. Und das geht so. Bei der Ladephase nimmst du 5 bis 7 Tage lang pro Tag 20 bis 25 Gramm Kreatin ein. Und danach beginnst du mit der Erhaltungsphase und dann nimmst du täglich 5 Gramm Kreatin ein. Ich hatte ja eingangs schon mal erwähnt, dass Kreatin in deinem Körper eingespeichert wird. Und das ist praktisch, weil es dir die Sache leicht macht. Der Zeitpunkt der Einnahme ist nämlich nicht wichtig, solange du es jeden Tag einnimmst. Und das ist wichtig, jeden Tag. Worauf solltest du achten, wenn du Kreatin einnimmst? Ich habe dir nochmal ein paar Best Practices zusammengestellt, die dir helfen, noch bessere Ergebnisse zu erzielen. Ich wiederhole mich nochmal. Wenn du dich entscheiden solltest, Kreatin als Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen, dann solltest du es wirklich jeden Tag einnehmen. Ich empfehle dir, orientiere dich einfach an den angegebenen Dosierungen. Es bringt nichts, dir auf den Grundsatz zu setzen, viel hilft viel. Und ich würde dir auch empfehlen, Kreatin immer mit etwas Flüssigkeit einzunehmen. Weil die braucht dein Körper, um das Kreatin einzuspeichern. Jetzt gibt es auch unterschiedliche Meinungen zu der Ladephase. Auch das können wir gerne vorwegnehmen, weil ansonsten kriege ich die Frage wahrscheinlich hinterher gestellt. Musst du eine Ladephase überhaupt durchführen? Nun ist es so, gerade bei Nahrungsergänzungsmitteln gucke ich mir immer gerne die Studienlage an. Denn es gibt sehr, sehr viele Nahrungsergänzungsmittel, die viel versprechen und nichts davon einhalten. Viele Studien über Kreatin wurden mit einer Ladephase durchgeführt. Aber nicht alle Studien. Das heißt, ein Muss ist eine Ladephase sicher nicht. Denn die Studien, die ohne Ladephase durchgeführt wurden, haben ebenfalls positive Effekte gezeigt. Der einzige Vorteil, den du durch eine Ladephase hast, ist, dass du schneller in den Genuss dieser Wirkung von Kreatin kommst. Aber wenn du auf die Ladephase verzichtest, dann würde ich dir empfehlen, fünf bis zehn Gramm Kreatin jeden Tag einzunehmen. Und dann findest du im Internet auch nochmal die Empfehlung, Kreatin zyklisch einzunehmen, also eine sogenannte Kreatin-Kur durchzuführen. Das würde dann so aussehen. Du würdest erstmal eine Ladephase durchführen, also die fünf bis sieben Tage hochdosiert, dann drei bis vier Wochen Erhaltungsdosis, dann kommt eine Pause, ein bis zwei Wochen. Dann fängst du wieder mit der Ladephase an und so weiter. Letztendlich ist es so, diese ein bis zwei wöchige Pause ist nicht notwendig. Ich empfehle meinen Kunden meistens Kreatin durchgehend einzunehmen, weil der Vorteil ja ist, dass du so eine Gewohnheit aufbaust. Die Gefahr ist sonst hoch, die Einnahme zwischendurch mal zu vergessen. Das ist mir früher, denn ich habe es früher zyklisch eingenommen, ständig passiert. Da habe ich den Wiedereinstieg vergessen und ich nehme es jetzt durchgehend ein und mir passiert das nicht mehr, dass ich es vergesse, weil ich es einfach jeden Tag einnehme. Lass mich die Punkte nochmal zusammenfassen. Kreatineinnahme. Wenn du bisher kein Kreatin ergänzt hast, dann solltest du zunächst für eine Woche 20 bis 25 Gramm Kreatin Monohydrat am Tag, am besten mit etwas Flüssigkeit, einnehmen, das ist die Ladephase und die Dosis danach auf 5 Gramm pro Tag reduzieren. Da dein Körper Kreatin speichern kann, ist es relativ egal, wann am Tag du das Ganze einnimmst. Es ist nur wichtig, dass du es täglich einnimmst. So, jetzt haben wir die ganze Zeit über Nahrungsergänzungsmittel gesprochen. Wie ist es denn mit natürlichen Lebensmitteln? Kannst du Kreatin auch über natürliche Lebensmittel bekommen? Und die Antwort ist, ja, kannst du. Lass uns mal den typischen Durchschnittsdeutschen angucken. Der Durchschnittsdeutsche isst auch Fleisch und würde über seine durchschnittliche Ernährung etwa 1 Gramm Kreatin pro Tag zusätzlich aufnehmen. Fast jede tierische Zelle beinhaltet auch Kreatin, aber die Muskelzellen enthalten besonders viel. Jetzt haben wir ja gesagt, du bräuchtest, um die optimale Wirkung zu bekommen, 5 Gramm Kreatin am Tag extra. Und dazu müsstest du sehr viel Fleisch essen. Ich habe das Ganze mal recherchiert und dir einfach mal eine Übersicht besonders kreatinreicher und auch besonders kreatinarmer Fleischsorten rausgesucht. Und das ist dabei rausgekommen. Zunächst mal Fleisch mit viel Kreatin. Wenn du ein Kilo Steak oder Rinderhack isst und ich meine hier das Muskelfleisch, dann bekommst du fast diese 5 Gramm Kreatin, genauer 4,6 Gramm Kreatin pro Tag. Ein Kilo Steak oder Rinderhack. Wenn du das schaffst, brauchst du nicht supplementieren. Bei Huhn bekommst du pro Kilo 3,4 Gramm Kreatin. Bei Kaninchen sind es 3,4 Gramm auch. Ochsenherz 2,5 Gramm und Schweineherz 1,5 Gramm Kreatin pro Kilo. Ja, wie sieht es aus mit Fleisch mit wenig Kreatin? Wo ist wenig enthalten? Wenn Muskelfleisch viel Kreatin enthält, dann enthält Organfleisch wenig Kreatin und pro Kilo wäre das zum Beispiel bei Leber circa 0,2 Gramm, Niere 0,2 Gramm, Lunge ebenso und Blut zum Beispiel in Blutwurst weniger als 0,1 Gramm Kreatin. Das heißt, wenn du gänzlich auf Fleisch verzichtest, wenn du Veganer sein solltest oder Vegetarier, dann macht eine Supplementierung mit Kreatin definitiv Sinn. Und es gibt auch vegan hergestelltes Kreatin. Das Ganze ist ja schlicht und einfach eine Aminosäure. Dein Körper stellt sie auch selbst her, wenn auch nicht in dem optimalen Umfang. Und deswegen gibt es auch vegan hergestelltes Kreatin. Ein Produkt dazu habe ich dir auch rausgesucht, das gut ist, findest du in den Schaunotes. Ich fasse das Ganze nochmal zusammen. Die typische Ernährung eines Menschen, der auch Fleisch isst, liefert etwa 1 Gramm Kreatin pro Tag. Um auf diese optimalen 5 Gramm pro Tag zu kommen, müsstest du sehr viel Fleisch, am besten Muskelfleisch essen. Als Nahrungsergänzungsmittel ist Kreatin da deutlich günstiger und es gibt inzwischen auch gute vegane Produkte. Woran erkennst du jetzt ein gutes Kreatin-Nahrungsergänzungsmittel? Es ist tatsächlich so, Kreatin ist super erforscht, es bringt was und deswegen gehört es auch zu den beliebtesten Nahrungsergänzungsmitteln im Sport. Und das hat natürlich auch die Industrie erkannt. Dementsprechend schau dich einfach mal in Fitness-Shops um. Du findest zahllose Varianten von Kreatin. Und die Marketingversprechen, die übertrumpfen sich auch und genauso findest du auch eine riesige Preisspanne. Es gibt neue, in Anführungszeichen, Kreatin-Verbindungen, die häufig als noch wirkungsvoller und noch potenter vermarktet werden und dementsprechend natürlich auch noch viel teurer sind. Das ist schon erstaunlich, wie groß diese Preisspanne ist. Für ein Kilo Kreatin, also eine riesige Menge, kannst du bis zu 150 Euro ausgeben. Aber du kannst auch Produkte finden, wo du ein Kilo Kreatin für nur 30 Euro bekommst. Jetzt ist natürlich die Frage, lohnt es sich wirklich in ein fünfmal so teures High-End-Präparat zu investieren? Und Achtung, jetzt kommt eine lange Liste. Ich möchte aber diese ganzen Verbindungen einmal mit dir durchgehen, weil die findest du in den ganzen Produkten. Du brauchst dir das alles nicht zu merken. Du kannst es in den Shownotes nachlesen und ich gebe dir wie eben auch am Ende nochmal eine Zusammenfassung. Also los. Ich fange an mit dem Kreatin-Monohydrat. Das hatte ich schon erwähnt. Die meisten wissenschaftlichen Studien über Kreatin wurden mit Kreatin-Monohydrat durchgeführt. Und damit ist es sozusagen das Referenz-Kreatin. Kreatin-Monohydrat wird gut über die Verdauung aufgenommen. Und es gibt bisher überhaupt keine Belege dafür, dass andere Formen von Kreatin besser wirken, auch wenn sie so vermarktet werden. Was du häufig findest, ist sogenanntes Crea-Pure. Das ist mikronisiertes Kreatin. Schlicht und einfach auch nur Kreatin-Monohydrat, bei dem die Partikelgröße verkleinert wurde. Und zwar durch ein mechanisches Verfahren. Dadurch lässt sich dieses Kreatin leichter in Wasser lösen, aber es ist nicht wirksamer. Dann findest du Kreatin-Magnesium-Chelat, also eine Verbindung von Kreatin und Magnesium. Das ist ziemlich genauso wirksam wie Kreatin-Monohydrat. Könnte höchstens für diejenigen von uns nützlich sein, die zusätzliche Wassereinlagerungen im Muskel vermeiden wollen, aber trotzdem in den Genuss dieser Kraftzuwächse kommen wollen. Dann gibt es Kreatin-Citrat. Das ist ein an Zitronensäure gebundenes Kreatin. Das wirkt ähnlich gut und wird ähnlich gut aufgenommen wie Kreatin-Monohydrat. Löst sich ein bisschen leichter in Wasser als Monohydrat, aber die Aufnahme im Körper wird dadurch nicht beeinflusst. Auf einigen Produkten liest du auch Kreatin-Malat. Das ist ein an Apfelsäure gebundenes Kreatin. Das Kreatin selbst wirkt hier genauso gut. Der einzige Vorteil könnte sein, dass diese Apfelsäure möglicherweise positive Eigenschaften auf dem Körper hat. Und deutlicher kann ich es hier leider aufgrund der Studienlage auch nicht sagen. Jetzt kommt noch mal ein Knaller, der ganz häufig als superpotent vermarktet wird. Das ist sogenanntes gepuffertes Kreatin, Markenname Krealkalin. Und das wird als effektivere, noch besser verträgliche Kreatin-Monohydrat-Variante vermarktet. Die Firmen sagen dann, dass ein höherer pH-Wert dazu führen kann, dass das Kreatin den Muskel noch schneller erreicht und noch leichter eingelagert wird. Und in der Theorie klingt das auch ganz gut, aber bisher konnte das Ganze in Studien noch nicht belegt werden. Ab wozu findest du auch Produkte mit flüssigen Kreatin. Also es sind dann häufig so kleine Flaschen. Interessanterweise zeigen Studien, dass Kreatin-Monohydrat als Pulver besser wirkt als diese Fluide. Und das hängt wohl damit zusammen, dass Kreatin in Flüssigkeit innerhalb von Tagen zu Kreatinin abgebaut wird. Das heißt, wenn du das Kreatin selbst auflöst in Flüssigkeiten, wie zum Beispiel, wenn du dir einen Shake machst, den du dann innerhalb dieses Tages trinkst oder innerhalb der nächsten Stunden trinkst, dann macht das nichts. Aber wenn du dir so ein Fluid kaufst, wo das Ganze halt über Tage, Wochen oder Monate steht, dann wirkt das Ganze höchstwahrscheinlich nicht mehr so gut. In den Shownotes findest du auch Bewertungen anderer Verbindungen, wie zum Beispiel Kreatin-Nitrat, Kreatin-Hydrochlorid, konkret ist da der Markenname, Kreatin-Ethyl-Esta oder Kreatin-Pyruvat. Unterm Strich, wahrscheinlich erwartest du es auch, bringt keine dieser Verbindungen einen Vorteil gegenüber Monohydrat. So, jetzt gibt es Kreatin als Pulver, es gibt es als Tablette oder auch als Kapsel. Es macht überhaupt keinen Unterschied, für welche Form du dich hier entscheidest, weil die Kapseln oder Tabletten ja auch nichts anderes sind als Container für das Pulver. Beim Kauf von Kreatin-Präparaten macht es wirklich Sinn, dass du auf eine gute Qualität achtest. Hier gilt genau das gleiche wie für ein gutes Eiweißpulver. Ein Kreatin-Präparat ist dann gut, wenn es frei ist von verbotenen Substanzen, die auf der Dopingliste stehen. Das stellst du sicher, indem du ein Kreatin-Präparat kaufst, das auf der sogenannten Kölner Liste steht. Wenn das der Fall ist, siehst du es auch auf der Verpackung, weil die Firmen damit werben. In den Shownotes unter marathonfitness.de-podcast findest du drei Produkte, die ich selbst empfehle. Die stehen allesamt auf der Kölner Liste. Das sind einmal eine Kapselform. Ich persönlich verwende Kapseln, obwohl die ein bisschen teurer sind als das Pulver. Für ein gutes Produkt bezahlst du hier etwa 55 Euro pro Kilo. Wenn du bedenkst, dass du am Tag 5 Gramm nimmst, dann kommst du mit 55 Euro also sehr weit. Ich verwende Kapseln, weil ich sie praktisch finde. Du kannst nichts verschütten und du kannst sie dir ganz leicht für unterwegs abfüllen. Also die Dosierung ist damit ein Kinderspiel. Pulver ist deutlich günstiger nochmal. Gutes Kreatin-Monohydrat-Pulver. Da liegst du so um und bei 26 Euro pro Kilo. Kölner Liste zertifiziert natürlich. Produktempfehlung auch hier in den Shownotes. Niedrigster Preis, volle Wirkung. Ein veganes Kreatin-Monohydrat habe ich dir auch mal rausgesucht und auch da liegst du nur unwesentlich drüber. Circa 30 Euro pro Kilo. Lass mich das nochmal kurz auf den Punkt bringen. Woran erkennst du ein gutes Kreatin-Nahrungsergänzungsmittel? Von allen unzähligen Formen, in denen du Kreatin kaufen kannst, besitzt das Kreatin-Monohydrat das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Produkte mit anderen Kreatin-Verbindungen, die werden meist mit einem teils saftigen Aufpreis belegt. Wenn diese Produkte einen Vorteil bringen, dann den, dass sie sich besser in Wasser lösen. Aber auf die Wirkung des Kreatins hat das überhaupt keinen Einfluss. Diese Formen sind lediglich für solche Menschen interessant, die einen sehr empfindlichen Magen haben. Nicht empfehlenswert ist allerdings flüssiges Kreatin. Für die meisten von uns ist Kreatin-Monohydrat die allerbeste Wahl. Pulver ist günstiger, Kapseln sind praktischer und die Wirkung ist in beiden Fällen die gleiche. So, das war es auch schon fast für heute. Ich weiß, das war ganz schön viel Stoff. Wenn du was für dich mitnimmst, dann am besten folgendes. Kreatin ist als Nahrungsergänzungsmittel sehr, sehr gut erforscht. Es gehört sogar zu den am besten erforschten Nahrungsergänzungsmitteln überhaupt. Kreatin ist günstig, es ist sicher, es ist gut verträglich und die positive Wirkung auf deine sportlichen Leistungen und die Gesundheit sind ganz im Gegenteil zu ganz vielen anderen Wundermitteln wissenschaftlich belegt. Wenn du den Nahrungsergänzungsmittel-Ratgeber bei mir auf der Seite schon runtergeladen hast, dann weißt du, dass Kreatin eins der wenigen Nahrungsergänzungsmittel ist, die ich empfehle. Wenn du dich mal im Shops umguckst, dann wirst du sehen, dass Kreatin in sehr, sehr vielen Formen angeboten wird. Wenn du Kreatin einnehmen willst, dann reicht es, wenn du ein gutes, günstiges Kreatinmonohydrat nimmst. Ich nehme Kreatin meist direkt nach dem Training ein. Das Timing ist allerdings nicht entscheidend. Um einen Effekt durch Kreatin zu fühlen, solltest du es auf jeden Fall täglich einnehmen. So und jetzt bist du an der Reihe. Mich interessiert, welche Erfahrung hast du mit Kreatin gemacht? Wirkt das Ganze bei dir oder bist du vielleicht einer von den Non-Respondern? Geh auf marathonfitness.de-podcast, dann auf diese Folge 61 und schreib dort einen Kommentar. Und dort liest du auch die Erfahrung von anderen dranbleibern. Diese Fitness mit Marc Folge wurde dir präsentiert von Audible. Dort findest du über 150.000 Hörbücher. Hörbücher kosten manchmal 50 Euro und mehr. Im Abo bei Audible bekommst du jedes Hörbuch für nur 9,95 Euro. Auch wenn es regulär 70 Euro kosten würde. Als Fitness mit Marc Hörer bekommst du das Abo sogar zum halben Preis für 4,95 Euro pro Monat und zwar für die ersten sechs Monate. Geh dazu auf fmmbuch.de und sichere dir den halben Preis für ein halbes Jahr. Dort findest du auch Tipps, welche Fitness-Hörbücher ich empfehle. Das Angebot gilt nur, wenn du auf fmmbuch.de gehst. Cool, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Falls du Feedback hast zu dieser Show oder Vorschläge für Interviewpartner, die ich in einer der nächsten Folgen interviewen sollte, schick mir eine Mail an podcast.marathonfitness.de. Die Show Notes und weitere Infos findest du unter marathonfitness.de-podcast. Und da findest du auch Links, wie du mich über Twitter, über Facebook oder über andere Wege erreichen kannst. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über iTunes oder über Stitcher oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Die beste Möglichkeit dran zu bleiben ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf deinem Phone oder auf deinen Computer liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf iTunes gehst und dort nach Fitness mit Marc suchst. Oder du gehst auf www.marathonfitness.de-podcast und klickst auf abonnieren. Wenn dieser Podcast dir gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf iTunes, gib mir deine 5-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein, versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Empfehlung an jemand anderen.